Guten Abend meine Damen und Herren an den Fernsehschirmen und hier im Studio. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe, jetzt habe ich die richtige Kamera, zu einer neuen Ausgabe von Trotter Trift und diesmal haben wir eine Organisation uns eingeladen, die ist weltumfassend tätig und Sie haben sie mit Sicherheit schon im Fernsehen dutzende Male gesehen. Sie sind mit dem Namen sehr vertraut, es ist Greenpeace. Und ich begrüße ganz besonders den Vertreter von Greenpeace hier in Berlin. Es ist der stellvertretende Leiter der politischen Vertretung von Greenpeace hier in Deutschland. Eine tolle Sache, dass ein Verband, ein solch großer Verein eine politische Vertretung hat und es ist Herr Tobias Münchmeier. Wir verraten immer das Alter, Sie sind 43 Jahre und Sie sind Politikwissenschaftler. Verraten Sie uns, wie kam es und kommt es zu dem Namen Greenpeace? Ja, Greenpeace ist natürlich nicht irgendwie am grünen Tisch entstanden von Leuten, die einen Verein gründen wollten. Keine Vereinsmeier sind die Väter und Mütter von Greenpeace, sondern es waren Aktivisten, es waren Hippies, das war das Jahr 1971, es war in Kanada, das waren viele Vietnam-Wehrdienstverweigerer aus den USA, die dort in Vancouver so eine Hippie-Szene eigentlich gegründet hatten. Und die haben sich politisch engagiert, haben sicher auch hin und wieder demonstriert und das war denen aber irgendwann nicht mehr genug. Und es ging da vor allem natürlich um Fragen von Krieg und Frieden, teilweise auch um Umweltfragen und in dieser Zeit war ein ganz aktuelles großes Problem die Frage der Atomtests. Und da hat die USA vor allem Atomtests durchgeführt in der Beringstraße, nicht weit, also nordwestlich noch von Alaska. Und diese Urväter von Greenpeace haben einfach einen Kutter gechartert, sind aufs offene Meer hinausgefahren. Ihre Partner, ihre Freundinnen und Freunde haben die Medienarbeit gemacht und eigentlich ist in dieser Keimzelle, in dieser Ursekunde von Greenpeace, waren schon alle Elemente enthalten. Nämlich direkte Aktion, auch in Kaufnahme von Risiken und eine möglichst effiziente öffentliche, auch mediale Präsentation. Wann war das präzise? Wann war das? Das war im Sommer 1971. Sommer 1971. Wir feiern also jetzt 40 Jahre. 40 Jahre, das ist ja auch schon eine stolze Zahl. 40 Jahre ist toll. Und wann wurde das in Deutschland dann gegründet? Neun Jahre später. Das ging also von Kanada, USA, dann nach Europa, Mitte der 70er, mit Büros in Großbritannien und den Niederlanden und Deutschland das Dritte. Und auch in Deutschland war es eigentlich nicht eine Entscheidung von Leuten, die am Tisch saßen, sondern es war eine Uraktion. Das war nämlich die Schlauchbootaktion damals mit Monika Grifan, spätere Landesumweltministerin und SPD-Bundestagsabgeordnete im Einsatz gegen Dünnsäureverklappung in Nordenhamm auf der Nordsee. Also Chemieabfälle, die abgeleitet wurden in die offene See. Und da sind sie vorgefahren und haben mit diesen Protesten sofort eine riesige Aufmerksamkeit bekommen und letztendlich auch dazu beigetragen, dass dieses Problem gelöst wurde, dass das nämlich verboten wurde. Ja, das heißt, sie sind eigentlich immer in Konfrontation zur bestehenden Politik oder zumindest in einer beratenden Funktion auf Änderung dieser Politik ausgerichtet. Ja, das sind ja zwei sehr verschiedene Sachen, die Konfrontation und die Beratung. Aber genau das ist das Spannungsfeld. Das haben Sie sehr gut zusammengefasst. Weil die Konfrontation ist kein Selbstzweck, aber natürlich, immer wieder kommt es zu Konfrontation, immer wieder kommt es zu einem Widerspruch zwischen der Politik, die vollzogen wird und dem, was die Umwelt dringend bedarf. Und da versuchen wir genau in diese Bresche zu springen und direkt oder indirekt Einfluss zu nehmen. Wer entwickelt die Sachthemen oder ihre Handlungsmaximen, mit denen Sie an die Öffentlichkeit treten? Ist das ein bestimmtes Gremium, ein Leitungsgremium, das dieses entwickelt oder wird das von der Basis an die Spitze getragen oder man sieht aus der Politik heraus, hier ist eine Notwendigkeit des Handelns oder des Opponierens? Wie entwickelt sich das? Also Greenpeace ist heute eine globale Organisation mit 45 nationalen Büros und einer Dachorganisation in Amsterdam, Greenpeace International. Und Greenpeace International entscheidet gemeinsam mit den Chefs der jeweiligen Landesbüros über die mittelfristige und langfristige Strategie. Das bedeutet für die vergangenen Jahre und auch für die Gegenwart, dass das Thema Klimaschutz die höchste Priorität hat. Dass es aber eben darunter auch noch andere Themen gibt. Es gibt auch Themen, die uns oft zugerechnet werden, zu denen wir aber gar nicht arbeiten. Tierschutzthemen beispielsweise war nie ein Thema für Greenpeace. Und wie dann das jeweilige Land zu diesem Thema arbeitet, welche Mittel es wählt und welche Aktionen dann gewählt werden, das wird dann tatsächlich eher im Landesbüro aus Waldowat entwickelt. Da spielt natürlich die Geschäftsführung von Greenpeace eben eine große Rolle. Greenpeace ist eine von daher recht konventionell oder recht klassisch strukturierte Organisation, also recht hierarchisch mit einer Geschäftsführung, die da erhebliches Gewicht hat. Und einer Organisation, die in Hamburg 200 feste Stellen hat und in Berlin fünf. Und wenn Sie jetzt sagen, Sie sind in 45 Ländern vertreten, sind das im Wesentlichen westlich orientierte, demokratisch orientierte Länder oder sind es auch in, ich sag mal, in Staaten wie Sowjetunion oder China oder ähnliches alles, ich vermute, oder asiatischen Staaten, dass Sie da möglicherweise nicht oder nur sehr schwer vertreten sein können? Ja. Tatsächlich ging es von Nordamerika rüber nach Europa, dann kamen auch Südamerika und Australien bald dazu. Und in Asien hat sich Greenpeace eigentlich erst in den 80er, 90er Jahren entwickelt. 90er Jahren würde ich sogar sagen. Mit auch sehr starken Groß in China und Indien. Russland Ende der 80er, Sowjetunion. Sogar noch kurz vor Ende der Sowjetunion. Und als letztes kann man sagen, von den Kontinenten her kam Afrika dazu. Da sind die ersten Büros erst vor zwei, drei Jahren entstanden. Das hat nicht unbedingt nur was mit kultureller Herkunft zu tun und mit Fremdheit in anderen Kulturen, sondern auch etwas mit dem Prinzip von Self-Sustainability, also dem eigentlichen Anspruch, dass sich jedes Büro selbst finanziell tragen soll über Spendeneinnahmen. Und das ist natürlich in ärmeren Ländern sehr viel schwieriger möglich. Es gibt eben auch Länder, in denen wir arbeiten, in denen die politischen Verhältnisse sehr schwierig sind, gerade was Öffentlichkeit angeht, was Medien angeht. Dazu kann man China sicherlich dazu zählen. Russland inzwischen auch wieder. Es gibt auch einen Grad von Kontrolle und Presseunfreiheit, sagen wir mal in Belarus oder in Nordkorea, wo das natürlich vollkommen undenkbar ist, dass wir arbeiten. In China und in Russland haben wir tagtäglich sozusagen mit diesen Problemen zu tun. Da spielen wir aber auch eine recht wichtige Rolle insgesamt für bürgerliche Gesellschaft, für Demokratie, weil wir dann immer so als Speerspitze versuchen, den größtmöglichen Freiraum auch uns zu erarbeiten, sagen wir mal. Es gibt jedenfalls sehr, sehr viele andere Organisationen, die sehr dankbar dafür sind, dass wir diese Rolle da in China beispielsweise einnehmen. Wenn Sie sagen, Sie werden national finanziert, das heißt, bringen Sie dann auch nationale Themen ein oder sind fast nahezu alle Themen, die Sie bearbeiten und die Sie politisch in den Fokus nehmen, überregional, übernational, also global? Es gibt alles, ganz unterschiedlich. Also bei den Themen Gentechnik und Pestizideinsatz, Landwirtschaft, da geht es um die deutschen Äcker, ganz einfach. Bei Atomkraft geht es auch primär um die deutsche Atomindustrie und den Atomausstieg in Deutschland. Bei Klimaschutz geht es um den deutschen Beitrag zum Klimawandel, vornehmen formuliert, also um die deutschen Kohlekraftwerke, die natürlich erheblich beitragen zur Klimaerwerbung. Aber es gibt auch Themen wie Urwaldschutz oder Waldschutz, da konzentrieren wir uns bisher doch sehr stark dann eben auf die letzten verbliebenen Urwäldern. Gerade Amazonas haben wir ein sehr großes Büro, sowohl in Rio als eben auch in Manaus, mitten im Amazonas-Gebiet und arbeiten mit denen sehr viel zusammen. Meeresschutz ist natürlich per se global. Das heißt, es gibt sowohl Themen, die sehr nationalen Fokus haben, als auch eben diese globale Zusammenarbeit. Werden Sie wissenschaftlich begleitet in Ihrer Tätigkeit? Denn immer ist ja auch der wissenschaftliche Standard notwendig, um eine politische Aktion zu unterfüttern. Ins Blaue hinein wird man nie agieren können. Sind Sie da mit bestimmten Instituten oder Universitäten verbandelt? Denn es gibt ja häufig zu einer wissenschaftlichen Meinung und Analyse häufig auch die ganz kontroverse, die völlig oder konträre Meinung dazu. Wo, mit welchen Gremien oder Universitäten oder wissenschaftlichen Instituten arbeiten Sie zusammen? Das ist ganz unterschiedlich von Arbeitsgebiet zu Arbeitsgebiet. Zum einen haben wir für manche Bereiche, für manche Fragen, auch gerade toxische Stoffe, haben wir die Möglichkeit, selber Analysen zu machen. Das heißt, wir haben in Exeter in Großbritannien ein Laboratorium mit Wissenschaftlern. Dann haben wir in unseren Reihen unter meinen Kollegen eben sehr, sehr viele Fachleute. Das heißt, bei den Meeresexperten sind da eben Meeresbiologen, die das studiert haben und uns auch promoviert haben. Wir haben auch Atomphysiker, wir haben Ingenieure. Das heißt, wir haben viel Fachwissen im Haus. Und dann gibt es eben immer wieder Studien, die in Auftrag gegeben werden. Ein ganz erheblicher Teil unserer Gelder investieren wir nicht nur in Aktionen, sondern genau in solche Studien. Beim Wuppertal-Institut oder beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, bei wem auch immer. Wie immer versucht man natürlich einen möglichst guten Namen damit zu beauftragen, weil nur dann auch eine solche Studie, eine solche Aussage hohe Glaubwürdigkeit hat. Und da haben wir keine festen, keine dauerhaften Partner, sondern wechselnd, je nach Frage, die wir untersuchen wollen. Bekommen Sie denn für diese Ihre sehr sinnvolle Tätigkeit auch öffentliche Gelder? Weil Sie ja häufig gegen den Gesetzgeber antreten oder gegen Parlamente antreten und deren Augenblick noch nicht vielleicht reformfreudigen Überzeugungen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass aus dieser Ecke eigentlich Ihnen nicht wirklich mit Freude Geld gegeben wird. Aber bekommen Sie öffentliche Gelder? Nein, keinen Cent. Keinen Cent. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Das ist auch per Statut ausgeschlossen. Es wird strengstens verfolgt, dieses Prinzip. Selbst eine gemeinsame Veranstaltung mit einem Ministerium oder einer Stiftung ist undenkbar. Also das wird sehr, sehr ernst genommen. Und von daher gibt es eben eine komplette Unabhängigkeit sowohl von staatlichen Stellen als auch von politischen Parteien und Stiftungen als auch von Wirtschaftsunternehmen. Das ist eben wollte ich fragen. Also müssen Sie sich ja auch dort unabhängig stellen. Das heißt, Sie sind eigentlich in Ihrer Finanzierung wirklich an den einzelnen Bürger gebunden, der sagt, also diese Arbeit ist notwendig und deshalb unterstütze ich das. Und große Kapitalgeber sind das nicht. Genau. Also wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir eben diese Fördermitglieder, diese Unterstützer haben. Nämlich 580.000 an der Zahl. Das ist also in Deutschland. In Deutschland. Das ist ja, wir haben 80 Millionen Bürger. Das ist ja jeder 60.000. Ne, wie viel? 160.000. Unglaublich. Und das heißt, weit mehr als jede politische Partei. Wir hatten vor zwei Jahren mal ein Treffen mit Peter Struck von der SPD. Und der hat uns gefragt, wie viele Mitglieder wir haben. Und wir haben uns gesagt, das ist ja fast vom Stuhl gefallen, weil wir ja gerade eben die SPD überholt hatten ein paar Monate vorher. Ja, ja. Und das sind regelmäßig Beitragszahler. Und dann dazu kommen ja noch die, die du fakultativ spenden. Ja, das sind gar nicht so viele. Ne, ne. Es ist zum ganz, ganz großen, überwiegenden Teil sind das die regelmäßig. Aus den Mitgliedsbeiträgen. Ja. Und man sieht ja immer in den Fernsehen, sie unterhalten auch große Schiffe, also richtig große Dampfer, würde man in Berlin sagen. Und spektakuläre Aktionen mit Schlauchbooten im Wasserstrahl der Schiffseigner. Das kostet ja viel, viel Geld. Und sie kommen nicht in wirkliche finanzielle Not. Naja, bisher nicht. Wir haben ein Einkommen von etwa 40 Millionen Euro pro Jahr in Deutschland. Und davon wird etwa ein Viertel abgegeben in den internationalen Topf. Davon werden eben auch Büros in anderen Ländern finanziert. Und das Übrige wird eben für die Arbeit, für die laufende Arbeit bei Greenpeace in Deutschland aufgewandt. Ist in Deutschland im globalen Zusammenhang einer der finanziell kräftigsten Länder, die da stehen? Nein. Also das deutsche Büro ist das Schwergewicht. Das ist das mit Abstand größte in absoluter Hinsicht. In relativer Hinsicht, gemessen an der Bevölkerung, sind die Büros in Niederlande, Österreich und der Schweiz noch größer. Aha, weil die Bevölkerungszahl natürlich geringer ist und sowas. Und diese Entscheidungen, wie das Geld verteilt wird, läuft das über Mitgliederentscheidungsfindung oder ist das eine, ich polemisiere jetzt ein bisschen, wird das von oben gelenkt, der gesamte finanzielle Haushalt. Also kontrollieren Ihre Mitglieder die Finanzverteilung im Greenpeace oder läuft das an den Mitgliedern eigentlich vorbei? Es ist keine ganz einfache Möglichkeit der Einflussnahme. Das muss man wissen. Das wissen glaube ich auch die meisten Mitglieder. Wie gesagt, es gibt also da eine sehr starke Spitze, eine sehr starke Geschäftsführung. Immer orientiert an den internationalen Zielen, die man auf die man sich international geeinigt hat. Und es gibt eine sehr hohe Transparenz, das sicherlich, das eben sehr genau ausgewiesen wird, öffentlich, wofür, wie viel Geld aufgewandt wurde. Aber eine direkte Mitbestimmung als Mitglied, die sieht, diese Mitbestimmungsmöglichkeit, die ist begrenzt, muss man zugeben. Ich frage jetzt mal in etwas noch, nochmal eine kleine Polemik. Wie kann man einen Amtsinhaber dann seines Amtes entheben? Es gibt einen Aufsichtsrat und es gibt eine Mitgliederversammlung, in der eine Mischung aus internationalen Kollegen sind, Leute aus dem wissenschaftlichen Bereich und aus der Belegschaft selbst. Und viertens sind das sozusagen einfache Fördermitglieder. Das ist also Nummer vier geteilt an Gremium. Was sich in Krisenzeiten auch bewährt hatte, es gab mal zwei, drei Wechsel vor acht Jahren in der Geschäftsführung. Und jetzt haben wir wieder eine sehr große Stabilität seit einigen Jahren. Das ist Herr Bode, glaube ich. Nein, Herr Bode war vor einigen Jahren und dann bei Greenpeace International. Heute ist es Brigitte Behrens als Geschäftsführerin in Hamburg. Hamburg ist die Zentrale. Richtig. Und haben Sie selber mal so an Aktionen vorne dran mitgemacht oder fehlt Ihnen, sagen wir mal, die Fronterfahrung? Jein. Also ich bin dann oft in der Rolle eines Campaigners und ein Campaigner ist dann nicht der, der selbst irgendwo hochklettert, aber es ist der, der dann daneben steht und die Interviews gibt. Achso. Das ist natürlich zugegeben, die durchaus komfortablere, vor allem sichere Position. Aber was die Aufregung angeht, kommt das wahrscheinlich... Und die sportiven Leistungen sind ja immer so spektakuläre Aktionen, die deshalb ja auch von den Medien so stark dann mitverfolgt werden, weil es eben immer spektakulär ist. Und dann kommentieren Sie das als politischer Vertreter und sagen so, das war unser Zweck, weshalb wir das gemacht haben. Genau. Also das letzte Beispiel für mich wäre eben am vergangenen Montag auf der Straße nach Gorleben haben Greenpeace-Aktivisten einen großen Transportwagen falsch geparkt, würde ich mal sagen. Und zwar so schräg und falsch geparkt, dass er von der Polizei nicht mehr wegbewegbar war. Und zwei Aktivisten, die drin waren, hatten ihre Arme in dieser Konstruktion, mit der das Auto auf der Straße tonnenfest fixiert war. Und ich habe dann davor gestanden und es kamen dann also erst die ARD und dann das ZDF und die Deutsche Welle und RTL und Seite 1. Alle wollten ihre Interviews haben. Und das war dann sozusagen mein Auftritt, meine Aufgabe, da zu erklären, warum wir da sind und warum wir diesen Kastor-Atom-Müll-Transport für ungerechtfertigt halten. Und aus diesen Aktionen gewinnen Sie weiter Ihre Mitglieder. Es könnte ja auch sein, dass jemand zu Ihnen kommt, der, ich sag mal, auch das Staatswesen ablehnt und sagt, das ist jetzt ist ja die einzige wirkliche Opposition in diesem Staat, jetzt gehe ich da hin. Möglicherweise, ich unterstelle das niemandem, möglicherweise aber auch, um mal Randale zu erleben oder mal Action zu erleben oder so. Wie hüten Sie sich vor diesen Mitgliedern mit dieser Intention? Das ist eine wirklich gute Frage, die ich aber nur teilweise beantworten kann. Da müssen die Leute, meine Kollegen, im sogenannten Aktionsbereich einfach ein sehr gutes Händchen oder gute Erfahrungen entwickelt haben. Weil ich glaube, die merken das, wenn dann da jemand kommt, der so ein Heißsporn ist und der nur Action haben will. Ich glaube, den würden sie nie in die Situation bringen, wo er dann eine so heikle Aktion ausführt wie am vergangenen Montag da, wo es ja auch schnell eben Verletzungen geben kann oder richtig großen Ärger geben kann. Das heißt, diese Leute müssen sehr diszipliniert sein und das kann man, glaube ich, nur über lange Zeitperioden feststellen, ob jemand da vertrauenswürdig ist. Und dementsprechend dürfen Leute, die da anfangen, mal irgendwo vielleicht ein Transparent halten. Und bis man in einer heiklen Situation auftreten kann, muss man schon gezeigt haben, dass man da sehr diszipliniert ist. Nun ist ja der Staat sehr schnell bei der Hand, ich sag mal, Strafanzeigen zu verteilen. Also, ich sag mal, Störung der öffentlichen Ordnung ist geradezu ein so dehnbarer Begriff, dass man sehr leicht eine solche Strafanzeige bekommen kann. Wie gehen Sie damit um? Geben Sie diesen Mitgliedern dieses Risiko mit und sagen, wenn du aber angezeigt wirst, obwohl es ja individuell dann angezeigt wird, geben wir dir Rechtsbeistand und möglicherweise tragen wir auch deinen Strafverfehl oder Busgeldbescheid oder was auch immer kommt. Wie sieht das da aus? Oder ist ein Mitglied, der sich aktiv durch das Gesetzesbrecherisch, also ich sag mal, oder vergehend gegen die gesetzliche Ordnung tätig ist? Geben Sie dem, was geben Sie ihm an die Hand, damit er das tatsächlich auch wagt? Also wichtig ist erst mal zu wissen, dass jeder Aktivist das ehrenamtlich tut. Es sind also gerade keine Festangestellten, die in diesen Aktionen eine Rolle spielen und dass die das letztendlich auf ihre eigene Verantwortung tun. Und gleichzeitig, genau wie Sie es vermutet hatten, gleichzeitig gibt es diese Zusicherung von rechtlicher Unterstützung und dann im Falle des Falles auch einer finanziellen Unterstützung. Aber rechtlich gesehen ist es ganz klar, es sind Greenpeace-Aktivisten, die ehrenamtlich sind und die das nach ihrem Gewissen und nach ihrer Rechtsauffassung eben tun. Ja, denn ein Wiederholungstäter, das kennen wir als Juristen, ist natürlich, wenn er mehrfache Taten auf sein Haupt häuft, dann natürlich wird eine ganz andere Strafnorm ausgesetzt, als wenn er nur einmal irgendwo Grenzen überschritten hat. Versicherungsmäßig, krankenversicherungsmäßig sind die auch alle, ist jede Aktion so abgedeckt, dass also wenn einer sich ein Bein bricht dabei, dann ist er nicht auf seine Kasse angewiesen, sondern dann decken Sie das ab. Wenn Sie jetzt mal zurückklicken, was war Ihre spektakulärste Aktion, aus der auch politisch etwas erwachsen ist? Also nicht nur, dass Sie sagen, das ging durch alle Medien durch, sondern da hat der Gesetzgeber reagiert. Da hat er gesagt, ja das stimmt, wo die den Baum drauf halten. Ja, ja. Also es gibt ganz selten den linearen Zusammenhang. Eine Aktion, eine politische Veränderung. Das sind viele Aktionen, die zusammenkommen, die ein bestimmtes Thema füttern. Eine gewisse Aufmerksamkeit, auch durchaus Ablehnung oder Empörung steigern und die dann oft zu einem erheblich späteren Zeitpunkt zu einem politischen Resultat führen. Beispielsweise war eine der spannendsten und wichtigsten Aktionen für uns in den letzten zwei Jahren die Besteigung des Atomkraftwerks Unterweser, der Kuppel Unterweser. Alles immer noch vor mir. Und das war eine zweifach wichtige Aktion. Zum einen gab es ein tolles Bild ab mit diesen Aktivisten und dem großen Spruch, Atomkraft schadet Deutschland. Und da waren 15 Aktivisten eben oben drauf und das war dann tatsächlich überall auf der ersten Seite am kommenden Tag in den Zeitungen und im Fernsehen natürlich in den Nachrichtenprogrammen. Aber das Zweite war vielleicht sogar noch viel wichtiger, nämlich die Subbotschaft, die unterschwellige Botschaft. Wenn die da hochkommen, dann könnten ja auch andere da hochkommen. Weil das waren immerhin 15 Leute. Es waren nicht zwei, sondern es waren 15. Und es waren 15 Leute, die etwa 40 Kilogramm Farbe mit sich da hochgeschleppt haben, was auch 40 Kilogramm von etwas anderem hätte sein können. Mit anderen Worten, am nächsten Tag hat es eine Sondersitzung angegeben im Umweltausschuss in Berlin, in geschlossener Art und Weise, wo man eben genau dieses Thema Terrorrisiko diskutieren wollte. Warum ist das wichtig geworden? Das ist ganz wichtig geworden, weil dann ein Jahr später, anderthalb Jahre später, nach Fukushima, der Druck so stark war auf der Politik, dass man eben überlegen musste, wie kommen wir jetzt eigentlich da raus. Und da wurde dann ja gesagt, die sieben Alten von Netz und Krümmel, diese Kategorisierung in Alt und Neu, das ist sozusagen etwas, was mit dieser Aktion und mit Greenpeace Arbeit schon nach dem 11. September 2001 eigentlich begonnen hat. Dass man eben, dass wir unterschieden haben. Da gibt es Atomkraftwerke, die in einer besonderen Gefährdung, die einer besonderen Gefährdung ausgesetzt sind, weil sie so ungeschützt sind. Und deswegen ist diese Kuppelbesteigerung im Sommer 2009 also eine politisch ganz, ganz wichtige Aktion gewesen. So bohren sie ganz dicke Bretter und irgendwann sind sie durch ein Brett durch. Das braucht einfach eine lange Zeit. Sogar eine Bundesregierung ändert ja ihre politische Überzeugung, was man gar nicht vermutet hätte, dass das so geschehen kann. Aber das muss ich sagen, darin sind sie ja auch sehr verdienstvoll, dass sie eben auch Bewusstsein schärfen. Durchaus auch bei breitesten Bevölkerungsschichten. Kurze Frage noch zu Ihnen. Wir sind in der letzten Minute schon eine Krise. Erweckst Ihnen auch Gegnerschaft, sodass Sie, sagen wir mal, fast terroristischen Angriffen ausgesetzt sind? Nein. Nicht. Also das ist da nichts. Also so dezidiert, wie Sie antreten, erwächst Ihnen nicht auf der anderen Seite eine entsprechende Gegnerschaft. Gut, wunderbar. Dann kann ich Sie dazu nur beglückwünschen und sagen, weiter so. Also es ist natürlich schon eine tolle Sache. Und diese Organisation, so wie Sie sie hier auch darstellen, ist ja einzigartig. Und können Sie mir noch verraten, was möglicherweise auf dem Tableau der nächsten ein, zwei Jahre steht? Außer aus den aktuellen Atomsachen und was wir da alles haben. Ja. Ich denke, Klimaschutz wird uns in den kommenden Jahren noch ganz besonders beschäftigen. Und da richtet sich der Blick auch gerade auf die Braunkohleverstromung. Das heißt, die Lausitz, das ist Brandenburg, das ist nicht weit von Berlin, dass eigentlich die schlimmsten Klimasünden sozusagen begangen werden. Und da werden wir sicher eine Menge Druck ausüben wollen, auf die brandenburgische Landesregierung, da nicht noch weitere zerstörerische Braunkohlegruben zu genehmigen. Also profitieren wir auch aus dem unmittelbaren Umfeld jetzt hier als Belieder. Herr Mönchmeier, ich bedanke mich, dass Sie gekommen sind. Und kann nur sagen, dass ich Ihre Organisation, obwohl ich Ihnen nicht in allen Facetten folge, der Thematik Ihrer Organisation, dennoch sage, dass es notwendig ist. Sie sind ein Stachel in dieser Gesellschaft, der notwendig ist, auch wenn er manchmal sehr kontrovers oder, ja, kontrovers Kräfte kostet. Für Ihre Organisation, für Sie persönlich viel Glück, weiter Erfolg, weiter eine große finanzielle Unterstützung seitens der Bevölkerung. Und meine Damen und Herren an den Fernsehschirm, vielen Dank, dass Sie aufmerksam diese Sendung verfolgt haben. Die nächste Sendung ist nun auch mit einem Berliner Thema, da ist das Berliner Schloss, über das wir uns unterhalten mit Herrn von Bedien. Vielen Dank, dass Sie gekommen waren und auf Wiedersehen. Ja, da haben wir das gemacht. Ich vermisste das einen Minuten. Ja, ja. estado sehr,点 Junge. disco Aber Untertitelung Untertitelung des ZDF, 2020